Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi Paper Jam Bros. Im letzten Part haben wir uns in diesem Raum hier genau umgesehen und haben auch den ganzen Part dafür gebraucht, weil da nämlich Milliarden Gegner waren, die wir natürlich unbedingt alle platt machen wollten. Das haben wir eben auch getan. Und in diesem Part soll ich jetzt weitergehen mit ein paar Todmissionen. Wir sind nämlich hier schon im Lakitu Infozentrum und wollen dort gleich mal gucken. Aber wir haben ja schon im letzten Part gesehen, es gibt eigentlich gar nicht wirklich viele Todmissionen, die wir machen können. Das sind nämlich eigentlich die einzigen beiden hier. Die tropische Papier-Todjagd und die Flygeist-Nüffelnasen. Und wir schauen jetzt einfach mal, was ist das hier? Eile allen Papier-Todjagd in dem Gebiet zu Hilfe und das hier hilft dem Papier-Todjagd, ohne dabei von den neugierigen Flygeist entdeckt zu werden. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, die interessantere, weil das eine neue Missionsart ist, die wir so bisher noch nicht hatten. Deswegen, ich mache erst mal die oberen und danach dann die ganz, ganz neue. Finde alle Papier-Todjagd, okay. Da bin ich mal gespannt, wie das so ablaufen wird. Das ist einfach nur eine Suche. Also verstecken? Ich glaube schon, ja. Oder? Äh, 20 sind's. Oh Gott, okay. Okay, da sind gleich mal welche. Die sind aber jetzt wieder weg. Okay, wenn ich zu nah rangehe, oder ne, die sind einfach jetzt sowieso da oben. Okay, das ist interessant. Achso, ich sehe schon. Okay, ich muss hier, okay, ich muss hier dagegen rennen. Und dann kriege ich die, glaube ich. Hoffe ich mal. So. Und? Hui! Ne, das war zu hoch. Okay, ich muss irgendwie schaffen, dass die da dann oben sind, während ich da angeflogen komme, oder wie. Also hier so. Bleiben die jetzt oben? Ja, vielleicht bleiben die einfach für eine bestimmte Zeit lang oben und jetzt kann ich sie erwischen. Yeah! Sehr schön. Fünf auf einmal gerettet. Okay, es ist also wieder so eine, eine wirkliche Suchmission, wo man sich genau umgucken muss, teilweise auch ein paar Rätsel lösen muss. Finde ich aber eigentlich ganz cool. Aber es gibt auch Gegner, wie es scheint, nämlich hier Hupas. Und die will ich, das war gerade so noch ein Sprungangriff, die will ich natürlich auch alle killen, ist ganz klar. So. Muss ich ja auch. Schnellstart. Okay, warum haben wir jetzt da was bekommen? Hä, warte mal, das will ich mal kurz nachgucken. Ich hab das schon öfter. Ja, wir haben übrigens hier einige neue, auch die ich mir noch gar nie angeguckt habe. Ähm, wo finde ich jetzt Schnellstart, ist die Frage. Das ist wahrscheinlich eher bei Spezial, oder? Denk ich mal. Kann ich die irgendwie sortieren nach dem Alphabet oder so? Ne, offenbar nicht. Äh, ich mein, hier, Schnellstart. Wir gehen, ach, wir gehen 100 Kämpfe im Vorteil. Ah, das haben wir jetzt geschafft. Okay, auch nicht schlecht. Gut, also wie gesagt, ich glaube, ich werde mir ganz am Ende nochmal, wenn ich da die meisten dann habe, wir nochmal alle angucken, dass wir auch wirklich, und dass ihr auch wirklich wisst, was man eben immer tun muss für die ganze Mission. Aber jetzt erstmal kämpfen wir weiter. Machen erstmal einfach so einen Hammerangriff. Ich meine, den Q-Pass haben wir im letzten Part jetzt häufig genug gesehen. Da sollte ich also ganz gut wissen, wie ich gegen die vorgehen kann. Der überlebt es zwar, okay, aber mit einem Hammerangriff wird auf jeden Fall der obere sterben und der unternehmt auch einiges an Schaden, denke ich mal. Bam. Ja, der obere stirbt. Und der Toad ist sogar schon gerettet. Yay. Sehr schön. Aber den unteren besiegen wir natürlich auch noch mit Luigi, der macht auch einen Hammerangriff. Und das war es dann auch schon. Ich hebe immer meine Erfahrungsdinge, das ist meine Erfahrungskarte noch auf, bis ich auch wieder die vier Sterbenpunkte voll habe und die dann auch eben noch irgendwie in einen Kampf einlösen kann. So. Das ist vielleicht der nächste. Was ist das denn? Okay. Das ist jetzt interessant. Endlich nimmt dieser Albtraum ein Ende ab. Vielen Dank. Ist das jetzt ein Ersterangriff von dem? Oder beginnt einfach der Kampf jetzt, oder wie? Nee, ich habe noch, ich habe wieder einen Sprungangriff noch irgendwie machen können. Ihr fragt mich nicht, wie. Ich habe es auf jeden Fall irgendwie schaffen können. Na gut. So, dann nochmal ein Hammerangriff. So, und. Bam. Haben wir Glück mit der Eisenkugel vielleicht diesmal? Ja, sehr schön. Oh, das ist so cool. Und dann reicht jetzt nämlich der Angriff von Paper Mario schon aus, um den zu besiegen mit einem Sprung, nämlich. Das dürfte mehr als genügend Schaden machen mit unseren tollen Treffern vor allem. Mit einem zumindest. 48 Schaden reicht auf jeden Fall. Ja. Und wieder 52 Erfahrungspunkte geschenkt bekommen. Ja, also hier kann man wirklich leicht Erfahrungspunkte sammeln. In diesem Gebiet haben wir auch schon im letzten Part gemerkt. Also auf jeden Fall keine verkehrte Idee, das zu tun. Und wie gesagt, die Koopas sind auch wirklich sehr einfache Gegner. Deswegen, das kann man durchaus mal sich überlegen. So, der untere hat jetzt auch schon einen tollen Treffer bekommen. Deswegen würde vielleicht sogar schon ein normaler Hammerangriff auch ausreichen, wenn nicht mal die Eisenkugel runterfällt. Wir schauen mal kurz. Ja, tatsächlich. Okay. Dieses 6 Schaden extra oder so, was der tolle Treffer da gemacht hat, hat schon ausgereicht. Und den oberen kann wieder mal Paper Mario besiegen ohne irgendwelche Problemen. Da war jetzt auch nicht mal ein toller Treffer dabei, aber es reicht trotzdem. Also Luigi muss da gar nicht mehr ran überhaupt bei den Kämpfen, weil allein Mario und Paper Mario schon genügend Schaden machen, um die ganzen Koopas eben zu besiegen. Sehr schön. So. Da links ist auch... Warnert. Und hier ist auch einer drin. Jetzt hätte ich mir schon gedacht, dass in diesen Schluchten da auch öfter mal welche drin sind. Waaah! Oh, ihr seid es. Danke, dass ihr mich gefunden habt. Ich trau mich nicht aus meinem Versteck heraus. Gut, das ist schon der siebte, glaube ich. Oder? Das ist der. Da kommt es gleich mal an. Der siebte. Genau, okay. Wie komme ich denn an den da ran? Soll ich mir jetzt erstmal den holen oder erstmal hier weitergehen? Nee, ich glaube, ich hole mir erstmal den da. Äh, wie komme ich an dich hier ran? Der haut jetzt hier ab. Und kreist jetzt da ein bisschen rum. Na gut, dann machen wir halt unsere tolle Fähigkeit. Ich brauche jetzt halt ein bisschen Timing wahrscheinlich. Ähm, das passt aber nicht. Nein, aber jetzt dann gleich wird es passen. Moment. Jetzt. Yay! Sehr schön. Wunderbar da rausgegriffen. Puh, ein Glück, dass ihr mich befreit habt. Ich schwebe schon seit Tagen hier herum. Ja, das muss wirklich ziemlich bitter sein, da in so einer Seifenblase gefallen zu sein und dann noch nicht rauszukommen. Na halt, das will ich gar nicht. Und dann halt überall hier in der Gegend herum zu schweben und das überhaupt nicht kontrollieren zu können. Ist bestimmt kein so ganz tolles Gefühl irgendwie. Die armen, armen Toads. Naja, da ist auch einer. Den müssen wir einfach fangen, indem wir in Rennen machen gegen ihn wahrscheinlich. Der ist aber ziemlich flink. Ach, hör doch auf zu nerven. Ich will dir doch nur helfen, du Idiot. Komm her. Nein, scheiße. Ja, das war schlecht. Ich will dir doch nur helfen. Warum checken das die Toads immer nie, dass ich ihnen nur helfen will? So. Okay, ich muss nicht mal meinen Sprintangriff machen. Wir haben ihn auch so gleich erwischt. Das ist ja eine angenehme Überraschung. Wie schön, euch hier zu sehen. Ja, jetzt sagt er eine angenehme Überraschung. Hast du keine Augen im Kopf oder so? Mann, ey. Also das macht echt wenig Sinn für dich immer noch. Aber, ne, es ist nur ein Nintendo-Spiel. Da sollte man das nicht so sehr hinterfragen. Und hier ist auch einer drin. Das war auch schon zu erwarten. So. Wah! Der reagiert sogar genau gleich. Das ist ja eine angenehme Überraschung. Wie schön, euch hier zu sehen. Okay, das sagt genau dasselbe. Das ist sehr interessant. Gut, auf jeden Fall haben wir auch... Und damit haben wir jetzt schon die Hälfte, glaube ich, oder? Genau, jetzt den haben wir schon. Perfekt. Aber wir haben ja dafür auch am Anfang 5 auf einmal gefunden. Ah, Cheap Cheap sind ja auch wieder cool. Okay. Dann will ich natürlich am besten dann meine Erfahrungskarte einsetzen, wenn wieder ein Iglook mit dabei ist. Mal gucken. Nee, diesmal nicht. Okay, dann hieb ich mir die noch auf. Und mach mal einfach einen normalen Sprung an. Warte mal, was macht die Karte hier nochmal? Weil die nächsten Attacke außenvermehre deine Sternenpunkte um 30%. Ähm. Ja, will ich die? Ich weiß nicht. Also ich meine, es ist doch nicht so sinnvoll, die einzusetzen. Weil die Cheap Cheap sterben doch eh schon fast vorher. Ich glaube, die sterben nicht ganz vorher. Ich glaube, einer darf angreifen noch. Ähm. Ah, nee, okay. Die sterben doch schon vorher, weil Paper Mario reicht jetzt aus. Ja, genau. Nee, dann hätte die Karte eh nichts gebracht. Ja, gut. Ich hätte einfach nur einen Sternenpunkt hergeben müssen, um die überhaupt einzusetzen. Also wie gesagt, ich finde Karten, mit denen man seine Sternenpunkte schneller auffüllen kann, nicht so gut. Und weil ich ja überhaupt Sternenpunkte schon ausgeben muss, um die benutzen zu können. Und dann muss der Effekt schon wirklich ultra gut sein von der Karte, dass sich das dann überhaupt rentiert, dass es dann quasi wieder reingeholt wird, die Anzahl, die ich eigentlich hergegeben habe, um die Karte überhaupt aktivieren zu können. Und das ist halt in den seltensten Fällen der Pfade, da habe ich das Gefühl. Und deswegen rentiert sich das halt nicht so wirklich, habe ich so den Eindruck. Nämlich viel lieber Erfahrungs-Plus-Karten oder irgendwie sowas, weil sowas mag ich einfach lieber. Ah. Hallöchen Iglook. So, einmal kurz Erfahrung um 25% mehr. Ja, die setzen wir auch gleich ein. So. Und wieder schöner Glitzer-Effekt. Wie gesagt, ich finde ihn immer noch so schön, den Effekt. Ich weiß auch nicht warum, aber der gefällt mir total. So. Gut. Dann. Ähm. Mach ich. Ähm. Ja, das Problem ist ja, Mario kann den E-Foot gar nicht treffen. Genau. Und zwar wirklich überhaupt nicht. Okay. Dann macht er einfach einen Sprung auf den Cheep-Cheep, würde ich sagen. So. Und bam, der stirbt auch schon. Und Paper Mario mit einem Trio-Squash wird ja wieder ausreichen für beide. Und deswegen mache ich das auch. Ja, das dürfte normalerweise hinhauen, haben wir jetzt schon häufig genug gesehen. Denn der Trio-Squash ist ja schon relativ stark eigentlich. Und wir haben nur zwei Gegner vor uns. Also die dürften jetzt schon auf jeden Fall einiges an Schaden nehmen. Das definitiv. So. Wieder schön draufhauen. Und keine Fehler machen am besten. Mir fällt auch gerade auf, dass Mario der Stärkste sogar ist. Okay. Also auch die Angiffskraft von den Brüdern geht hier in den Trio-Squash sogar mit ein. Also Mario macht am meisten Schaden. Weil er eben auch den höchsten Angriff von den dreien hat. Und Luigi und Paper Mario machen in etwa gleich viel. Das ist auch sehr interessant. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen davor. Auch cool. So, alle besiegt. Wir kriegen noch ein Bonbon und kriegen 174 Erfahrungspunkte. Ja, das kann sich sehen lassen. Und das reicht auch gleich für das nächste Level-Up von Luigi. Level 14. 4, 1, 2, 3, 3, 4. Aber Mario hat gerade eben auch ein ziemlich gutes bekommen. Also normalerweise ist es ja so, dass irgendwie Luigi immer bessere Level-Ups bekommt. Aber das war jetzt sogar, glaube ich, bei beiden in etwa gleich. Gut. Hier ist wieder so eine Platte, die ich kurz mal umdrehen will. Und bam. Und ah, hier ist auch ein Tor darunter. Oh, ihr seid es. Danke, dass ihr mich gefunden habt. Ich traute mich nicht aus meinem Versteck heraus. Gut. Dann denke ich mal, sind die anderen jetzt noch auf der rechten Seite, wo ich eben die Brücke benutzen muss, um da rüberkommen zu können. Deswegen renne ich da mal kurz hin, weil ich glaube, hier haben wir ja alles gesehen. Ja, da oben sind auch noch welche. Okay. Aber da komme ich jetzt eh gleich hin, wenn ich jetzt dann gleich eben hier wieder außenrum gehe. Das sind auch welche. Okay. Was soll das jetzt? Ich glaube, ich muss hier vielleicht den Turm bilden. Also ich will gar nicht unbedingt meine Grifffähigkeit einsetzen. Ich will einfach hoch genug sein, um die einfangen zu können. Die Schatten zeigen mir ja an, wo sie sind. Genau, ich glaube, das ist keine verkehrte Idee. Ich weiß nicht, ob das auch geht, wenn ich einfach springe. Ob ich dann hoch genug komme. Das könnte eng werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das klappen würde. Auf jeden Fall, so geht es ja auch. Deswegen passt alles. Und wieder gegen Koopas. Gegen zwei wieder von denen. Das kennen wir mittlerweile. Nichts Neues mehr. So, Hammerangriff. Der jetzt vielleicht sogar auch so schon ausreicht, weil wir ein Level-Up hatten. Tatsächlich, ja. Seht doch mal. Da merkt man auch, wie wirklich... Ah, jetzt ist auch Luigi vorher dran, weil er eben auch ein Level-Up hatte. Da merkt man wirklich mal, wie wichtig solche Level-Ups auch wirklich sind. Weil eben vorher in den Kämpfen immer... Selbst bei Luigi reicht schon aus. Wow. Das ist sehr gut. Weil eben davor es Mario nicht geschafft hat, selbst mit Erstangriff, einen Koopo mit einem einzigen Hammerangriff zu besiegen. Er brauchte entweder einen tollen Treffer oder eine Eisenkugel. Aber jetzt braucht er keins von beiden. Und sogar bei Luigi reicht es sogar auch aus. Das finde ich sehr verwunderlich. Aber es ist so. Und das ist auch sehr gut, wie ich finde. Und ich muss jetzt dran denken, meine Karte übrigens umzudrehen. Kommt hier ein Eglug? Nein, okay. Ist aber auch gut so, weil... Ähm, ich habe ja eh gerade keine guten Erfahrungsdinger. So, umdrehen. Perfekt. Und wir greifen an und kriegen wieder gleich neue Karten, die wir dann im Kampf einsetzen können. Ich muss erst mal durchmischeln. Und wir kriegen... Ah, gleich mal die beste Karte momentan. In meinem ganzen Set. Wie ich finde. Nämlich mehr Erfahrungspunkte. Aber wir brauchen noch ein paar mehr Sternpunkte. Ähm. Das heißt, es wäre mir sogar ganz recht, wenn ich jetzt dann nicht als nächstes wieder gegen einen Cheep-Cheep kämpfen würde. Weil da eben ein Eglug auftauchen kann, ähm, wo ich dann mehr Erfahrungspunkte bekommen würde. Das heißt, ich werde jetzt erst mal... Also an sich, da kommen bestimmt noch ein paar weitere Cheeps-Cheeps raus aus dem Wasser da. Aber ich werde erst mal noch ein paar weitere Koopas bekämpfen, weil hier waren doch noch welche. Bevor ich die ganzen anderen Toads auch einsammle. Da ist nämlich auch noch ein Koopa, ja, auch noch ein Koopa. Aber die anderen Toads habe ich jetzt da alle schon auf einem Haufen gesehen. Also, wirklich suchen muss man die jetzt in der Mission eigentlich auch nicht mehr, ehrlich zu sein. So. Äh, dich drehe ich auch um. Dich brauche ich nicht. Das ist ein Hammerangriff. Der, wie wir gelernt haben, ja wieder ausreichen wird. Und, man. Ohne tollen Treffer oder sonst irgendwas. Sehr schön. Und dann darf Paper Mario noch wieder mal... Anni Luigi darf er zuerst genau. Macht auch wieder einen Hammerangriff, meinetwegen. Passt schon. Ah, jetzt habe ich vergessen, die andere Karte da umzudrehen. Aber ist es schlimm, passt schon. Und wir haben fast die, äh, fünf Sternpunkte erreicht. Das heißt, ich muss noch einen weiteren Angriff dann gleich machen. Das muss ich aber schaffen, ohne gleich einen Gegner zu besiegen, wenn ich wieder gegen einen Cheep-Cheep kämpfe. Ja, wir schauen mal. Unglaublich, der berühmte Mario hat mich gerettet, wenn ich das meinen Freunden erzähle. So, wie gesagt, bevor ich jetzt die anderen rette, ich will noch kurz wieder zurück da nach unten. Und, äh, kurz wieder ans Wasser gehen, weil da bestimmt noch mehr Cheep-Cheeps rauskommen werden. Oder? Echt nicht? Nur hier unten? Wirklich? Ansonsten kam da noch mehr raus. Okay. Wer hat dann halt nicht mehr? Da hebe ich mir halt die Erfahrungspunkte-Karte sonst noch auf. Kann ja auch nicht schaden. Ja, und hier muss ich auch wieder hier sowas machen, den Griff wieder. Und, sag, ich treffe sogar direkt. Okay, sehr cool. Wunderbar. Puh, ein Glück, dass ihr mich befreit habt. Ich schwebe schon seit Tagen hier herum. Also an sich, da sofort zu treffen mit dieser Grifffähigkeit, während man die zum ersten Mal einsetzt, also hier so, ist sehr schwierig, finde ich, weil da halt das noch ein bisschen verzögert. Also, wenn man einmal den Turm aufgebaut hat, dann kann man eigentlich ganz gut treffen, weil dann ist die Verzögerung nur sehr, sehr kurz. Aber dann beim ersten Mal gleich zu treffen, ist schon schwierig, finde ich. Sag mal, rechts darf ich hier auch nicht? Okay. Und ich glaube, hier muss ich wieder einen Turm bilden. Also, wir brauchen... Ja, scheiße. Wir brauchen die... Was? Ich mach doch. Wir brauchen die Sprungfähigkeit... Hä? Bin ich jetzt doof? Okay, jetzt... Hä? Bin ich jetzt blöd? Hä, what da? Hä, drück ich jetzt falsch rum? Ah, ich hab's falsch rum gedrückt. Verdammt. Ich muss ja A, B, Y... Ich hab jetzt A, Y, B gedrückt. Gut, aus Versehen, tut mir leid. Genau, äh, also wir müssen hier häufig die Sprung... Äh, nicht die Sprung, die Turm- oder Grifffähigkeit einsetzen. Aber wie komm ich überhaupt an die Rand, fällt mir grad auf. Die sind zu weit oben. Äh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich fang mir erstmal den da. Der auch abhaut, aber den krieg ich trotzdem so. Ja, shit. Das ist aber nicht so einfach. Jetzt. Okay, perfekt. Sehr gut. Aber wie krieg ich die anderen da? Hm. Danke, dass ihr mich befreit habt. In dieser Blase war es furchtbar stickig. Wie komm ich jetzt an die anderen ran? Das Problem ist, dass die jetzt, glaub ich, wieder ein bisschen ab... Ja, die sind jetzt wieder abgesunken. Aber sobald ich den Turm bilde... Achso. Sobald ich den Turm bilde, dann gehen die wieder nach oben. Okay, ich muss einfach schnell genug sein, oder wie? Warte mal. Komm mal wieder runter. Jetzt. Okay. Okay, alles klar, verstanden. Die kommen einfach irgendwann runter und da müssen sie einfach erwischen. Endlich nimmt dieser Albtraum ein Ende. Hab vielen Dank. Gern geschehen. So, und bei euch beiden auch wieder... Ja, der kommt sofort direkt von meiner Nase nach unten. Danke, dass ihr mich befreit habt. In dieser Blase war es furchtbar stickig. So, zwei fehlen noch. Und die sollten wir auch relativ einfach bekommen. Nämlich einmal der Kollege hier. Schnell. Okay, perfekt. Unglaublich. Der berühmte Mario hat mich gerettet. Bla, 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 bla. Und dann fehlt mir noch einer. Den müssen wir noch durch Rennen erwischen. Aber das sollten wir da auch hinkriegen. Ansonsten hab ich mich ja hier überall umgesehen, ne? Wir haben alles gemacht, glaub ich. Warum kam aber jetzt hier nur ein Cheap-Cheap raus? Das ist irgendwie komisch, weil... Ansonsten kam da noch mehr raus. Hm. Naja, keine Ahnung. Wird schon passen. Ansonsten haben wir auch alles hier, wie gesagt, gesehen und gemacht und getan und überhaupt. Okay, gut. Dann der Letzte. Möge bitte herkommen. So. Ja, verdammt. Der trickst wieder ein bisschen. Okay, wir kommen. Sehr schön. Geschafft. Wenn ich verfolgt werde, muss ich einfach rennen. Das ist eine Art Abwehrreflex. Danke, dass ihr mich angehalten habt. Jetzt geht es mir wieder besser. So. Und wisst ihr was? Damit haben wir jetzt auch, glaub ich, die 20 Medaillen bekommen und kriegen da ja jetzt irgendeine Belohnung oder so, hab ich den Eindruck. Vielleicht. Keine Ahnung. Wenn wir gleich sehen, ob das wirklich stimmt. Wir schauen mal. So. Wir kriegen auf jeden Fall 20 gerettete Toads oben drauf. Haben jetzt schon 85. Und eben auch 20 Sternmünzen. Kriegen wir jetzt gleich irgendwas? Ja. Ah, okay. Eine neue Karte. Weiche der nächsten Attacke aus und vermehre deine Sternpunkte um 50%. Aber es kostet auch 3. Hm. Finde ich jetzt halt nicht so sinnvoll. Ich weiß nicht. Naja. Weiter geht's. Vergiss nicht zu speichern. War das jetzt die Belohnung? Was steht jetzt hier eigentlich? Äh. Herausforderung gelingt es dir. Folgende Herausforderung zu meistern und dir eine besondere Belohnung zu verdienen. Beende erfolgreich 23 oder mehr Missionen. Okay. Also jetzt geht es dann immer in... Ja, wahrscheinlich nicht immer in 3er Schritten vorwärts. Aber jetzt werden die Schritte wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Und dann kriege ich eben immer... Ja, ja. Und dann kriege ich eben immer neue Belohnungen. Das sind wahrscheinlich nicht immer Karten. Das können bestimmt auch Ausrüstungsgegenstände oder sowas sein. Ja, bin ich schon gespannt. Gut. Dann. Wir machen aber auch noch gleich weiter mit einer weiteren. Nämlich mit der hier, wo ich schon sehr gespannt jetzt eben bin. Hilft dem Papiertorz ohne dabei von den neugierigen Flygeist entdeckt zu werden. Okay. Zum ersten Mal eine Mission dieser Art, wie es scheint, wo wir uns vorbeischleichen müssen an Gegnern. Sowas finde ich aber sehr cool. Immer. Okay. Oh. Ah, ich sehe schon, ja. Ach du Kacke. Die sind ja überall. Hä? Das könnte tricky werden. Kann ich die denn auch bekämpfen? Okay. Ich darf dreimal erwischt werden. Oder zweimal erwischt werden wohl eher. Ja. Das wird schwierig werden. Ja. Vor allem, weil ich ja auch drei Leute bin. Und deswegen so eine lange Schlange hinter mir bilde. Da muss ich auf jeden Fall auch aufpassen. Ich will mal kurz den angreifen. Oh. Nein. Mach halt. Mach halt. Spring auf ihn drauf. Ach so. Hat er mich erwischt jetzt? Ja. Jetzt habe ich ein X. Okay. Also ich darf. Äh. Ach so. Okay. Ich kann gar nicht zum Hammer wechseln. Habe ich gerade gemerkt. Okay. Und drauf springen kann ich auch nicht auf ihn. Also ich kann gegen die nichts machen. Ich muss die einfach am Leben lassen. Und ich darf auch nicht in ihre Nähe kommen. Ja. Okay. Und die Toads kann ich einfach einsammeln. Hm. Ja. Das ist schwierig. Oh Gott. Das ist schwierig. Vor allem, weil ich jetzt schon so leichtfertig einen Treffer herge. Geben habe. Aber das ist eine sehr coole Idee sowas. Also sowas mag ich in Videospielen immer gerne. Muss ich sagen. Aber die Flyger sind schon ziemlich doof. Muss ich zugeben. Ich meine. Warum halten die das Fernrohr so vor sich? Wenn dann irgendwas direkt neben ihnen ist, dann sehen die ja gar nichts. Aber. Ist ja auch gut so. Weil ansonsten hätte ich keine Chance an denen vorbeizukommen. So. Jetzt. Okay. Ja. Also immer schön vorsichtig sein. Bei dieser Mission. Okay. Aber es ist wenigstens alles ziemlich linear. Wo ich hier durchgehen muss. Da ist auch wieder einer. Er ist natürlich immer am fiesesten. Oh Gott. Und am fiesesten, wenn die so im Kreis durchgehen. Das war knapp. Wenn die so im Kreis durchgehen. Und nicht einfach nur an einer Position sich hinstellen wie der da. Und immer nach oben und unten gucken. Sondern wenn die sich auch noch bewegen. Dann ist es echt ein bisschen tricky. Da ist einer einfach so. Den kriege ich geschenkt. Okay. Vielen Dank. Ähm. Hier ist auch wieder einer. Ja. Achtung. Oh Gott. Oh. Der wird sogar von Zweien bewacht. Okay. Ich bin aber hier sicher hinter dem Felsen. Äh. Ja. Wie soll das jetzt gehen eigentlich? Ich weiß es nicht. Oh shit. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich bin mir noch in die Arme gelaufen. Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Das war jetzt ganz schön knapp. Okay. Es ist also so. Wenn die einen bemerken. Und so ein Fragezeichen über deren Köpfen schwebt. Dann haben sie einen noch nicht sofort erwischt. Dann hat man noch ein bisschen Zeit zum Weglaufen. Und er kann dann eben auch noch hinkommen. Wie wir gerade eben gesehen haben. Ah, das ist sehr interessant. Okay. Gefällt mir auf jeden Fall. Ist eine coole Idee. Wie gesagt. Ich freue mich schon auf weitere Missionstypen dieser Art. Weil die sind echt cool. Vor allem dann, wenn es das auch noch in einer schwierigen Version gibt. Was es bestimmt geben wird. Wie die dann aussehen werden. Ob dann einfach Milliarden von den Flygars hier überall sind. Das wäre bestimmt auch ziemlich cool dann zu sehen. Da freue ich mich schon drauf. Ich bin hier gerade wieder ein bisschen gefährlich. Das war sehr knapp. Sehr, sehr knapp sogar. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass die mich gar nicht wirklich sehen können. Die Flygars. Also die sind schon echt ziemlich hohl irgendwie. Okay. Das da oben ist jetzt auch sehr interessant. Nein, nein, nein. Ihr habt das gesehen. Ich stand direkt neben dem. Und den kann ich gar nicht sehen. Also irgendwie ist das komisch. Was ist denn, wenn ihr mich jetzt anguckt? Ich stehe jetzt mal hier so. Dann merke ich mich einfach sofort. Okay, alles klar. Das war jetzt auch wieder leichtfertig hergegeben. Ich starte wieder am Anfang. Was? Ach komm schon. Das ist doch doof. Okay. Also wenn ich in der Nähe von ihnen bin. Dann kommt das Fragezeichen. Und dann müssen sie sich erst noch nach mir umgucken. Und dann habe ich auch noch Zeit zum Weglaufen. Wenn ich aber wirklich in ihr Fernrohr reinlaufe, dann bin ich, habe ich sofort verloren. Und verliere sofort ein X. Ja, okay, verstanden. Das macht die ganze Sache aber nicht einfacher. Vor allem, wenn ich wieder zum Anfang zurückgeworfen werde. Das ist schon ziemlich fies. Ich meine, das ist echt doof. Ich wollte nur ausprobieren. Oh mein Gott. Warum hat er mich bemerkt? Keine Ahnung. Ich wollte nur ausprobieren. Und dann werde ich hier gleich so bestraft vom Spiel. Das ist doch echt fies, oder? Ich finde das schon. Ähm. Ja. Habe ich eigentlich hier alles erkundet? Da unten war ich... Auch. Bin ich ja gerade eben dann hingegangen, ja. Auf der linken Seite habe ich mir alle Todes geholt, oder? Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz. Ich glaube zwar schon. Obwohl, nee, habe ich nicht. Da oben war ich auch nicht. Ja, siehste mal. Ich hätte eben mal zurückgehen müssen dann. Oh Gott. Wollen die jetzt ernsthaft das von mir, was ich denke? Okay, warte kurz. Oh mein Gott. Ich werde verkacken. Jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ich muss genau da und durch, wenn die beide in der Mitte sind. Das ist aber schwierig. Jetzt. Oh Gott. Oh mein Herz. Das ist echt sehr spannend hier. Und auch echt cool gemacht, finde ich. Also das gefällt mir definitiv. Und da links war ich auch. Na, da müsste alles passen. Ja, okay. Das heißt, da auf der rechten Seite sind dann noch drei weitere Todes, die ich dann noch irgendwie kriegen muss. Ja, okay. Ja, das ist echt nicht einfach. Okay. Hier durch. Ja. Das haben wir ja schon alles gesehen. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Boah, immer wenn da ein Fragezeichen über der in Köpfen auftaucht, dann bin ich kurzzeitig dermaßen aufgeregt. Also da ist noch einer. Ist hier aber noch. Ja, aber hier muss noch einer sein. Hier muss noch ein dritter sein, weil ansonsten habe ich ein Problem. Okay. So, wir warten kurz. Der ist einfach eigentlich, weil der nur von einem bewacht wird. Und sagte ich... Oh mein Gott. Ja, das Problem ist natürlich, dass der Flygeist eher nah an dem Tod dran ist und ich deswegen den nicht einfach bekommen kann. Kann ich denn irgendwie schleichen? Ich glaube nicht. Komm her. Okay. Sei es da oben. Schafft man das? Wenn man da durchrennt? Ich meine... Ich meine... Ja, wie soll ich sagen? Also man muss es ja eigentlich schaffen, weil anders... Ich meine, ich muss da einfach durchrennen, ne? Oh mein Gott. Oh, ich habe so Angst. Okay, warte kurz. Und... Jetzt. Nein, nein! Ach komm, warum haben die sich umge... Warum haben die sich jetzt umgedreht? Mann! Hm. Es ist unser... Unser erster... Was? Ja, ich möchte nochmal... Das war unser erster Fail, glaube ich, bei einer Todmission. Ich glaube schon. Ja, überspringen. Warum haben die sich auch umgedreht? Das ist doch doof. Hä, wie will ich denn da an denen vorbeikommen? Mit normalem Laufen? Schaffe ich das doch nicht, da rechtzeitig vorbeizukommen? Oder? Ich muss da doch rennen. Und offenbar, wenn ich aber renne, bemerken die mich aber. Hä, wie sollte denn das jetzt gehen? Mann, so ein Blödsinn. Ja, das ist echt nicht einfach hier, diese Missionsart. Ihr merkt das schon. Ich meine, ich muss auch zugeben, ich habe natürlich die ersten beiden... Äh, das war auch knapp. Ich habe natürlich die ersten beiden Leben sehr leichtfertig hergegeben, weil ich da noch rum experimentiert habe, ja. Und das sollte mir jetzt nicht mehr passieren. Aber trotzdem... Äh, es ist definitiv nicht gerade einfach, diese Missionsart hier. Muss ich schon sagen. So, die Stelle erstmal wieder. Die war ja auch sehr, sehr knifflig. Oh Gott. Ja, das ist auch... Das ist wirklich sehr eng bemessen hier, finde ich. Aber... Nein! Oh, das war jetzt fast ein bisschen zu spät. Oh Gott. Oh Gott. Okay, dann erstmal hier links noch weiter. Genau den da, der war ja auch nicht so easy. Weil der von zweien gleichzeitig bewacht wird. Ja. Nein, 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 nein. Oh, wie ich das hasse, dass da immer fragt sein bei denen. Aufsagen. Wie kann ich denn das verhindern? Kann ich das überhaupt verhindern? Okay, jetzt bemerken die... Oh, die sind doch auch echt... Nein, nein! Scheiße. Ja, das ist natürlich doof, wenn ich da in der Mitte stehe von denen und die mich dann bemerken. Was hätte ich da jetzt anderes eigentlich machen sollen? Hm, das ist echt ein bisschen doof. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn ein Fragezeichen erscheint, über der ihr in Köpfen, dass sie dann trotzdem nicht von ihrer eigentlichen Route, die sie immer gehen, abweichen. Also die bleiben... Also die laufen immer trotzdem genau dieselbe Route hier ab. Ich will mal kurz nochmal was testen. Der... Habt ihr gesehen? Da hat jetzt auch nichts anderes gemacht. Also der bewegt sich dann nicht. Also eigentlich würde man ja denken, dass wenn ein Fragezeichen bei denen erscheint, dass die dann auf mich zulaufen und mich dann halt erwischen wollen. Aber das stimmt gar nicht. Die bleiben entweder in ihrer Position stehen oder bewegen sich halt genauso weiter, wie sie es davor auch schon getan haben. Das heißt, gerade eben hätte ich wahrscheinlich einfach in der Mitte bleiben können und die hätten mich nicht bemerkt. Weil das Gute ist ja auch, dass die Flygeist nicht diagonal schauen können, sondern immer nur geradeaus. Deswegen, wenn ich irgendwie schräg von denen... Oh Gott. Oh mein Gott. Wenn ich irgendwie schräg von denen stehe, dann können die mich gar nicht sehen. Sehe ich das richtig? Ich weiß es nicht. Also ich würde es vermuten. So. Herkommen und weg hier. Gut. So hier draußen bei dem Strandabschnitt war glaube ich keiner. Das war jetzt Nummer 9. Das ist Nummer 10. 11 und 12 kamen dann gleich noch auf den Weg dahin. Und dann die letzten drei sind ja da noch auf der rechten Seite. Oder die letzten zwei haben wir auf jeden Fall mal gesehen. Aber der dritte muss da auch noch irgendwo sein. Also ja. Oh mein Gott. Das ist definitiv nicht einfach. Also rein von den ganzen Missionen her, wenn man jetzt mal die schwierigen Missionen außer Acht lässt, finde ich, das hier ist schon wirklich dann die heftigste von allen bisher. Also da bin ich schon mega gespannt auf den schwierigen Modus dann von der Mission, wie der dann wohl wird. Weil der wird ja dann richtig extrem, oder? Ja, das wird dann sehr spannend. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal auf die rechte Seite einfach. Und schau mal, ob da überhaupt noch ein weiterer Toad ist oder ob ich noch einen suchen muss, der mir irgendwo noch fehlt. So, warte mal. Okay, und jetzt oben rum. Okay, da ist noch einer, ja. Gut. Was soll jetzt noch der hier wählen? Wie kriege ich denn den, ohne dass die andere mich bemerken? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist eigentlich mir jetzt relativ egal, weil ich muss den ja einfach nur erwischen. Und dann endet die Mission ja schon. Also auch wenn die mich dann, also wenn auch kurzen Fragezeichen bei denen erscheinen sollte, kann mir ja relativ wurscht eigentlich sein. Hauptsache ich kriege den Toten. Das müsste ich auf jeden Fall rechtzeitig schaffen. Deswegen. Geronimo! Okay, diesmal haben sie mich nicht bemerkt. Vielleicht war ich einfach gerade eben zu nah an ihnen dran. Ich glaube, das ist einfach der Trick. Man darf an den Flygeist nicht zu nah dran sein, weil die eben einen ansonsten bemerken, auch wenn sie gerade nicht zu einem her schauen. Ich denke mal, das ist der ganze Trick. Vielleicht war ich gerade eben wirklich einfach ein bisschen zu weit oben, als ich da gerannt bin. Und dann haben die mich eben bemerkt. Und dann war alles kacke. Okay, verstanden. Gut. Aber wirklich definitiv keine einfache Missionsart hier. Aber eine, die mir auf jeden Fall sehr gefällt. So, 15 weitere 100 haben wir schon gerettet. Cool. Und 21 Münzen haben wir schon. Sehr schön. So. Aber das dürften jetzt A. Gute Nachrichten! Ihr habt genug Papierturts gerettet, damit wir euch beim Brot basteln helfen können. Yeah! Ja, ist doch eine ganze Menge. Wow, seht doch wie viele wir sind! Mit der gewalten Kraft der Papierturts ist so ein Boot in Nullkomman nichts gebastelt. Dann mach mal. Ich gehe jetzt zurück zum Dock und bringe die ganze Sache in Gang. Wir treffen uns später genau dort, ja? Wäre doch gelacht, wenn das Boot bis dahin nicht bereit zum Auslaufen wäre. Los geht's, Team! Basteln wir uns ein Boot! Alle zusammen gehen sie. Sehr schön. So, ich will nochmal kurz gucken, aber das waren jetzt alle. Es sind jetzt keine neuen aufgetaucht oder so. Ähm, okay. Sag doch, ich soll zum Dock gehen, okay. Und hier waren jetzt, glaube ich, auch keine neuen Missionen sogar, oder? Oder vielleicht jetzt? Erst welche? Ach, jetzt sind neue aufgetaucht, okay. Oh mein Gott, ja. Seht ihr das, Leute? Flygei, Schnüffelnasen auf, schwer. Mhm. Das wird interessant werden. Das will ich auf jeden Fall noch beim nächsten Mal machen, weil das ist, glaube ich, mega interessant, die Mission. Und wenn wir danach noch Zeit haben, was ich hoffe, dann wird es auch weitergehen mit der Story. Und wir gehen dann zum Dock und werden dann mit dem Boot ein bisschen Schiff fahren, denke ich mal. Okay. Aber das war es jetzt mal für diesen Part von Let's Play Mario und Luigi Paper Jam Bros. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffe ich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es eben weitergehen wird mit noch der letzten Todmission da auf schwer. Die richtig interessant wird, glaube ich. Und dann eben, wenn wir Zeit haben, was ich hoffe, auch noch mit der Story. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.